Moin Moin und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Handballhacks. Und das Video, das du jetzt sehen wirst, ist so 1 zu 1 aus meinem Coaching Club. Im Coaching Club gibt es jeden Tag neue Übungen, Trainingseinheiten, Trainerwissen, alles was du als Trainer brauchst und auch so Videos, wie du es gleich sehen wirst, direkt aus der Halle gefilmt. Also, wenn du noch nicht Mitglied im Coaching Club bist, dann solltest du unbedingt auf handballhacks.com gehen und den Coaching Club auschecken. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. In diesem Video haben wir Partnerwettkämpfe, die ihr so im Aufwärmen oder erweiterten Aufwärmen benutzen könnt. Wir haben die Spieler hier in zwei Gruppen zusammen und alle diese Wettkämpfe sind so im Athletikkraftbereich. Als erstes nehmen die sich hier mit einer Hand an die Hand und probieren den anderen Spieler wegzuziehen. Wir sehen die ersten starten hier und probieren sich jetzt gegenseitig wegzuziehen. Nur eine Hand ist aktiv, die andere Hand wird einfach runterhängen gelassen und kann auch benutzt werden, um sich zu balancieren und Schwung zu nehmen. So, das ist der erste Wettkampf, den wir haben. Der zweite Wettkampf, da springen wir ein bisschen weiter. So, hier kommen wir in ein Schieben rein. Und zwar nehmen sich die Spieler jetzt hier gegenseitig die Hände an die Schultern und probieren sich wegzuschieben, wegzudrücken. Also einfach an den Schultern nehmen und dann auf die andere Hallenseite an die Wand wegdrücken. Dabei ganz wichtig, probiert, dass in eurer Mannschaft zwei gleichstarke Spieler zusammenkommen. Je gleich stärker die Spieler sind, desto besser wird es dann. Wir kommen in den nächsten Wettkampf rein und das ist so ein Wegdrehen. Wir sehen es hier, die Spieler gehen Rücken an Rücken und haken sich hier so mit den Armen ein. Und jetzt wird probiert, dass man den anderen mit seiner Kraft wegdreht. Dabei soll der nicht hochgehoben werden, sondern so wie diese beiden es machen, probieren sich wegzudrehen, wie diese beiden es probieren. Hier wegzudrehen, dass man immer mit beiden Füßen auf dem Boden ist. Man probiert, den anderen auf seine Seite wegzudrehen, den anderen nicht hochzuheben. Hier sehen wir es auch nochmal ganz schön, wie die dort dann miteinander kämpfen und probieren, sich umzudrehen. Und den letzten Wettkampf, den wir haben, den ihr machen könnt, das ist hier, dass die Spieler in Liegestütz gehen und die probieren sich dann jetzt gegenseitig die Arme so wegzuziehen, dass sie auf den Boden fallen. Also quasi Liegestütz catchen, den anderen probieren wegzuziehen, während man selber stehen bleibt. Da kann man auch ganz viele Varianten mitmachen, dass man entweder den anderen am Arm richtig ziehen muss oder man kriegt es hin, dass man irgendwie beide Hände nacheinander kurz aus dem Weg bekommt. Das heißt, hier können die Spieler ganz kreativ Liegestütz catchen machen.